Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Special hier auf dem Kanal, sozusagen meinem ersten News. Und an der Stelle möchte ich erstmal Toob danken, der mir eine Nachricht geschrieben hat, nämlich er hat eine E-Mail mit dem Virus, dem neuen Zerba-Virus bekommen und hat mir direkt mal alle Daten weitergeleitet, die man so brauchen könnte, nämlich es war eine E-Mail-Bewerbung. Also ich habe hier auch mal die E-Mail für euch, klar, ich habe ein paar Sachen rausgekürzt, ich möchte ja nicht, dass unser lieber Toob seine E-Mail-Adresse preisgibt, beziehungsweise die seiner Firma oder sonst irgendwie, aber auf jeden Fall, war nicht mal seine, glaube ich, aber egal, auf jeden Fall habe ich sie rausgekürzt, der relevante Teil ist allerdings noch drin. Das hier war der Upsenter der liebe Nikolas Stein, also wenn ihr von Nikolas Stein irgendwas bekommt, vorsichtig sein, der verschickt ganz gerne Viren. Wer jetzt rein zufällig Nikolas Stein heißt, es tut mir furchtbar leid für dich, du hast jetzt einen relativ schlechten Ruf, dadurch, dass irgendwelche Leute deine Identität benutzt haben. Aber okay, wir haben hier auch noch ein paar andere Sachen, dazu komme ich später dann, jetzt schauen wir uns erstmal die Bewerbung an, die ist abgesehen von den Teilen, die hier rausgestrippt wurden, die Üs und Ös und so weiter, die Umlaute, abgesehen davon eine sehr professionelle E-Mail und wirklich gut geschrieben, also eine schöne E-Mail, die man als Bewerbung auch durchgehen lassen könnte. Als Anhang war dann eine ZIP-Datei mit wunderschönem Bild dabei und zwei Teilen nämlich einer Bewerbung, .doc.js, also man denkt, es wäre eine .doc-Datei, also eine Word-Datei, aber in Wirklichkeit war es JavaScript, .js ist JavaScript, werden wir übrigens auch bald hier auf dem Kanal anfangen, also schön dabei bleiben. Und das zweite war ein Lebenslauf.doc.js, falls man den zuerst anklickt, war im Prinzip genau dasselbe drin. Und zwar, was der Inhalt dieser JavaScript-Dateien war, war das hier. Vorsicht, wenn ihr das ausführt, dann habt ihr höchstwahrscheinlich selbst den Virus. Das heißt, hier unten führen wir, ich habe es schon mal ein bisschen aufgeklärt, das war alles in einer Zeile drin, das ist nicht wirklich leserlich, aber so ist tatsächlich dann der Code, wenn wir das so ein bisschen auf, ja, ein paar Enters dazwischen getan haben, dann sieht es schon ein bisschen leserlicher aus. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt, okay, hier unten wird eine neue Funktion erstellt mit dieser Variablen hier. Und dann wird diese Funktion einfach aufgerufen. Das heißt, wir können diese Variable uns einfach mal, wenn wir mutig sind, können wir den Teil rauslöschen. Der Teil ist der Virus sozusagen, da wird der Virus ausgeführt. Und wenn wir uns die Variable ausgeben, dann haben wir sozusagen das Ganze, was versteckten Virus hat, oder was der versteckte Virus war, haben wir dann tatsächlich mal Klartext. Was man also hier gemacht hat, im Prinzip diese War, VK, 0, U, bla bla bla, ist einfach aufgeteilt worden. Im Prinzip war das ein langer String, das hier, danach das hier, danach das hier und so weiter und so fort, bis zur 66 runter, im Prinzip alles eine Kette. Soll es einfach nur unleserlich machen. Dann wurde nur ein Teil des Strings, den wir hier hatten, ausgewählt mit diesem Match. Und dann haben wir hier diese Funktion definiert. Und in unsere Variable, die wir hier unten genommen haben, haben wir diese String.fromCharCode-Funktion ausgeführt mit irgendwelchen komischen, witzigen Berechnungen, mit irgendwelchen komisch genannten Iteratoren. Also der ist gleich 0 und wird immer um 1 erhöht und geht bis eben zur Länge von unserem Array dann hier oben. Das Match liefert uns ein Array zurück. Ja, sehr kompliziert geschrieben. Was im Endeffekt rausgekommen ist, ist das hier. Das ist schon mal ein bisschen besser lesbarer Code. Das ist sozusagen der unversteckte Virus gewesen. Und wenn man sich den so anguckt, dann fallen einem vor allem drei Teile auf. Nämlich das hier, diese Funktion koiw2ml. Diese koiw2ml wird hier aufgerufen. Und das hier vorne ist die Adresse, wenn wir uns dieses hozb mal angucken. Das ist die Adresse, die nachher, oder das Bild besser gesagt, mit dem wir sozusagen Daten rausziehen. Das heißt, dieser Server hier stellt uns das Bild zur Verfügung. Und in diesem Bild drin ist encodiert dann alles, was wir so für den Virus brauchen. Und das zweite ist eben, wir sehen nochmal eine Netzwerkfunktion hier eben mit diesem Bild drin. Also hier, das ist das Bild, dieses hozb und das ist das Bild hier, hozb bla bla bla. Das heißt, wir packen diese, wir nehmen diesen Server jetzt und schauen mal, was dabei rauskommt. Also einfach mal eine IP-Adresse nachgucken. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wie das geht, wenn ihr öfters auf meinem Kanal seid. Und das geht ganz einfach über IP-Lookup zum Beispiel. So, wir sehen hier, danke an der Stelle an whatismyip.com und ripe. Wir sehen, über ripe bekommen wir hier folgendes raus. Und zwar, dass die IP genau auf einen russischen Server hier, irgendwas in RU, also Russland, läuft. Und wir sehen hier auch sogar den Namen von der zugelassenen Person, der der Server gehört. Wir sehen, er ist in Sankt Petersburg in der, ich kann es nicht aussprechen, Straße 21. Mit sogar einer Telefonnummer, ihr könnt das sogar anrufen. Aber bevor ihr jetzt da Rage schon anruft und sagt, hey, du verbreitest Viren, der arme Kerl kann vielleicht nicht mal was dafür. Das ist ja bloß ein Bild. Das heißt, knackig.jpg. Es ist absolut nicht illegal, irgendwelche Image-Host-Services zu machen. Ihr seht hier unten, knackig.jpg ist einfach ein schicknormales Bild. Normalerweise, oder ich nehme mal einfach an, der arme Kerl weiß nicht mal, dass dieses Bild auf seinem Server liegt. Das heißt, wenn er dieses Video sieht, deswegen schön teilen. Nimm dieses Bild bitte von deinem Server runter. Und ja, wir haben hier eben dieses Bild, das liegt auf dem Server. Jetzt schauen wir uns mal noch an, was hier in diesem Header noch drin steht, mit dem wir was anfangen können. So, hier steht tatsächlich ein Microsoft SMTP-Server. Aber vor allem interessant ist die IP-Adresse, von der die E-Mail kam. Das ist die hier. Und die IP-Adresse unterscheidet sich witzigerweise, ich habe mal bei anderen noch geguckt, die unterscheidet sich nicht mal von denen, die sonst so dem Virus empfangen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Server, der immer diese E-Mail verschickt, mit immer dieser E-Mail-Adresse. Und jetzt können wir uns mal diesen Server hier angucken, mit unserem IP-Lookup. Und wir sehen hier, dass wir die IP-Adresse nach England zurückverfolgen können. Okay, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, wo der Virus herkommt. Das heißt, wenn ihr irgendwas von dieser IP-Adresse bekommt oder von eurer russischen IP-Adresse, von der hier, beziehungsweise von eurem NikolasStein.at.online.de oder von, ja, dieser IP-Adresse habe ich schon gesagt, dann solltet ihr vorsichtig sein. Generell solltet ihr niemals JavaScript-Dateien im Anhang ausführen. Das kann natürlich einfach mal sein. Jetzt noch eine aktuelle News zu eurem lieben Zerba-Virus. Das ist das Teil hier, so heißt der. Es ist rausgekommen, dass, also beim Testen einfach mal, was passiert, wenn wir dieses Ding ausführen. Der Zerba-Virus, der ändert scheinbar alle 15 Sekunden lang sein, oder was heißt er ändert? Er kopiert sich alle 15 Sekunden lang irgendwo weiter rein. Das heißt, er ist nachher haufenweise auf eurem PC drauf. Er ist ja nicht groß, das Ding hat vielleicht 3 Kilobyte oder sowas. Das fällt nicht mehr auf, wenn er das alle 15 Sekunden tut. Ihr habt nur ein Problem, das Ding zu löschen, weil die laufen ja auch alle gleichzeitig. Sprich, ihr habt dann am Ende 100 Mal diesen Virus laufen. Naja, ihr könnt aber nicht alle löschen, weil ihr nicht sicher sein könnt, welches der richtige Virus ist. Und das Ganze ist ein Verhalten von einer Malware-Factory, so nennt sich das Ding. Also eine Malware-Produktionsfabrik sozusagen. Da eben alle 15 Sekunden die ganze Zeit dieser Virus kopiert wird und neu erstellt wird. Und das soll eben dagegen helfen, dass der Virus von einem Antivirenprogramm erkannt wird. Beziehungsweise auch, dass ihr den einfach ausführen oder löschen könnt. So, es gibt jetzt scheinbar sogar Leute, die behaupten, dass dieser Zerba-Virus nicht nur eure ganzen Dateien verschlüsselt, sodass ihr irgendwas bezahlen müsst, damit ihr sie wieder entschlüsselt bekommt. Sondern es gibt scheinbar auch noch die Fähigkeit da drin, das ist allerdings nicht bestätigt. Das ist jetzt bloß ein Gerücht, deswegen sind wir hier im News-Teil. Ha, habe ich auch. Also es gibt das Gerücht, dass der Zerba-Virus sogar Möglichkeiten hat, einen DOS-Angriff von eurem PC auf einen anderen zu launchen, also zu starten. Sprich, wir haben nachher jeder PC, der mal infiziert wurde mit diesem Zerba-Virus hier, der kann dann einen Angriff starten auf zum Beispiel irgendwelche Regierungsserver oder sowas. Und wenn die das alle gleichzeitig machen, dann denyen die den Service von dieser Regierungsseite oder sowas. Kann alles passieren, also vorsichtig sein, keine JavaScript-Dateien bitte ausführen, am besten überhaupt, keine E-Mail-Anhänge mehr öffnen, solange die Geschichte sich nicht erklärt hat von Leuten, die ihr nicht kennt vor allem. Ist natürlich schwierig für Firmen, ich weiß, aber JavaScript-Dateien solltet ihr in keinem Fall ausführen oder öffnen. Solche Bewerbungen kann man gedroht ignorieren, vor allem, wenn sie von Nikolas Stein sind. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, kleines Special hier. Und nochmal danke an Tob für die ganzen Daten, die er mir geliefert hat. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.